König Charles III. kämpft weiterhin gegen seine Krebserkrankung. Trotzdem unternahm er kürzlich eine Reise nach Australien und Samoa. Nun plagen seine Gattin, Königin Camilla, ebenfalls Gesundheitsprobleme. Wie die Bunte berichtet, sieht sich Charles einer Herausforderung gegenüber. Camillas Erkrankung könnte sein geschwächtes Immunsystem zusätzlich belasten. Der Buckingham Palace hat Camillas Gesundheitszustand näher erklärt. Laut BBC hat Camilla eine Infektion im Brustbereich. Ärzte empfehlen der 77-Jährigen eine kurze Ruhepause. Der Palastsprecher ließ verlauten, dass sie vorerst getrennt wohnen. Vorsichtshalber, um Komplikationen durch mögliche Infektionen zu vermeiden. Camillas Zustand ist wohl nicht lebensbedrohlich, aber erfordert Erholung. Ihre Krankheit hindert sie momentan an ihrer Royal-Verpflichtungen. Ein Mitarbeiter äußerte Bedauern über die Absage ihrer Termine. Königin Camilla hofft dennoch, am Wochenende an Gedenkveranstaltungen teilzunehmen. Laut dem Palast handelt es sich um eine vorübergehende Maßnahme. Camillas geplante Teilnahme hängt von ihrer Genesung ab. Beide Royals konzentrieren sich auf ihre Gesundheit und Erholung. Das Königspaar zeigt sich trotz gesundheitlicher Probleme hoffnungsvoll. In der Zwischenzeit bleibt das Wohl ihrer Gesundheit oberste Priorität.